Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konfliktner Adops. Ja, mir ist der Spießstand vorher abgekackt beim Laden. Ich hab das Ganze nochmal machen müssen und vergeigt da vorne zu laden. Jetzt sind wir halt am Ende dieses Weges. Egal, jetzt ist Alarm ausgelöst, passiert. Oh, wen haben wir denn da? Ja, Leute. Wir öffnen mal den Rettung. Ich bin hier drin. Wir haben einen Geiselbruder. Hey, Foley, wer ist das? Geisel, von wegen. Paul Foley, Codex Red Team. Wie geht's dir, Paul? Alles fit? Wir müssen noch was erledigen. Warten Sie hier. Tut, was ihr tun müsst, Jungs. Ich warte hier. Ja, da haben wir Paul Foley aus dem Konflikt Global Storm LP gefunden. Mir nach. Befehle erhalten. Du gehst mal raus. Okay, aufpassen. Ah, Foley. Ich hau an. Ah, warte, wir folgen dir nochmal und dann reden wir nochmal mit dir. Foley? Du alter, je schneller ihr fertig seid, desto schneller komme ich nach Hause. Ja, so ist es. Er wurde also die ganze Zeit über festgehalten und Team Rot hat es nicht geschafft, ihn zu finden. Achtung, fein! Okay, ich komme! Wo bist du? Headshot. Haja, klar, so muss sein. Ist das der Wahret? Ich folge dir. Also los! Mir nach. Roger, bin unterwegs. Leider du auch mal nach. Ich freue mich schon, wenn der endlich Schalldämpfer für sein Gewehr kriegt. Okay, habe ich mich jetzt verlaufen? Nein, habe ich nicht. Und herunterrutschen. Okay, wir haben uns doch verlaufen. Ziel in Sicht! Los! Rück hervor! Ah! Da ist eine Tür. Mitkommen! Zurück in Formation! Ah! Da war eine Tür. Alles klar, ich habe verstanden. Wir müssen durch die Tür. Verstärkung! Entdeckung! Stirb! Gut. Wir laden nochmal nach. Und gehen mal weiter. So. Ich glaube, da holt keiner mehr Hilfe. Die stirb einfach. Und hups! Griefs, alter! Stell dich halt vor mich! Blöd, Mann! Ciao! Super! Steh auf! Los! Los! Ausstehen! Wenn ihr sie seht, knallt sie ab! Viel! Ich bring dich um, Amerikaner! Du bist erledigt! Boah! Soll der Scheißmann! Ich bin dran! Mir nacht! Du gehst voraus! Wir jagen erstmal alles in die Luft. Wie immer! Leise vorgehen! Ziel in Sicht! Hey! Mach sie fertig! Ein neues Ziel! Ziel erledigt! Geh in Deckung, Idiotter! Scheiße, Mann! Okay, da können wir nicht durchschießen. Also weiter geht's. Nach rechts! Scheiße! Hier nach! Zurück in Formation! Wir haben noch einen Mann verloren! Fein! Glückstreffer! Mach halt die Schnauze, Grease, Mann! Das war kein Glückstreffer! Okay! Okay, wir sammeln die Schnauze! Stirb einfach, Essig! Spast! Versteckt sich hier, lässt seine Männer sterben. Dafür hat er aber auch dementsprechend viel Blei abgekriegt. Wir haben die Bomben! Nichts wie weg hier! Sichern Sie die Landezone! Jawohl! Okay, Grease, wir gehen. Gehen wir Foli holen und dann fassen wir von hier. Ah, falsche Seite. Worauf schießt du eigentlich? Äh, bin auf den Taster gekommen. Entschuldigung, blöd mal. Ich hab einen nervösen Zeigefinger. Dann schieß ich cleverer auf dich. Jagd dich in die Luft. Geht in Deckung! Ich habe zwei Ziele. Feuer einstellen, ich komme! Ziel eliminiert! Kommt noch einer? Nö, das war's. Okay, weiter geht's. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Gut so, war Absicht. Ziel in Sicht! Achtung, Scharfschützer! Ich habe keine Munition mehr! Hör auf, Munition zu verschwenden! Nicht schlecht! Okay, kurz warten. Regenerieren. Oder sterben. So, ein Pendejo-Arschloch weniger! Komm, Alter, steh auf, Mann! Komm, Alter, steh auf, Mann! Komm, zu tun! Volltreffer! Verdammt! Verdammt! Ladet ab! TV raus! Okay, los, los, los! Irgendwie war's klar! Verdammt! Ladet ab! TV raus! Irgendwie war's klar! Komm, auf, steh auf! Komm, auf, steh! Hurtig! Nehmen wir die dramatische Route! Ich hab'n ziemlich nervösen Zeigefinger! Nehmen wir! Rücke vor! Mir nach! Okay, Fowli, halt! Fowli, halt! Ach, egal. Ich mach' das nicht alleine, Bruder! Bus, Braves, steh auf! Wir müssen weiter! Ich komme! Zeig mir, was du drauf hast! Okay! Okay! Und acht! Fowli zählt schon wieder! Bewegung! Bin unterwegs! Bis zum nächsten Mal! Ihr müsst ihr anstound, ladys! Im nächsten Mal! wohl lieber bürg wir haben alle erledigt mir nach bin genau hinter dir der Folie hat verwischt ah nein da steht er doch kompoli wir haben es eilig wir müssen raus aus dem Messerfeuer Leute das ist für 86 jahre schmerzen schmerzen das schmerzen 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 kommt bleibt schneller eilen so hofer hofer dann seines wir haben alles klar Kontrollpunkt sehr schön herr vorliegern jetzt umseilig wir fahren nirgends mehr hin wir vertreten auch Motorhaube ich halte den Rücken frei darüber ich rücker vor ich gehe mal den ein nieder hinten anlegen wenn er oder diesen Helikopter runter er hat er das ist für 86 Jahre Schmerzen nach vorne mit dir also los wo bleibt dieser Helikopter hat ja gut funktioniert wird noch besser funktionieren bewegung das ist für 86 Jahre Schmerzen ich glaube davon will er nicht kaputt gehen alles klar ich muss schnell laufen munitionieren kommt hier ist auch nirgends mehr jemand okay wir haben super dann können wir jetzt ja den letzten Kontrollpunkt laden weil ich will Foley gun am Leben halten ich habe vorliegenden ich habe vorliegenden Bruder sie stand ist Ok, Chris, du bleibst hier. Haha. Ok, wir laden den letzten Kontrollpunkt nochmal. Man. Chris, du bleibst hier. Okay, ich bin soweit. Foley? Boah, ernsthaft jetzt? Und Kontrollpunkt laden. Ich will Foley am Leben halten. Ich kann, bevor wir verschwinden, Bruder. Du gehst voraus. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich hab was abgekriegt. Ich brauche Verstärkung. So farb. Das ist für 86 Jahre Schmerzen. Gebiet gesichert. Okay, Foley lebt noch gut. Weiter geht's. Los, jetzt. Bin unterwegs. Bewegung, fett Arsch. Bin in Position. Feindlicher Kampfung, Schrauber. Helikopter, hol ihn runter, Bruder. Okay, versuchen wir's mit. Du steufallう, wl chambers. Gut clientel. Wgest없 laatst. Ooh. Kann ich hier. Kann ich hier. Wladen Streik. Mach 2, 2. Du gehst an 3... Bei mir. doit auf 이 mac Maggie. Na kommt, na kommt, seid brav. Okay, verfolgt die zweimal. So, Fowly lebt noch, hoffe ich mal. Ja, Fowly lebt noch. Okay, Greaves, geh mal da runter. Ich geh mal hier lang. Schau mal, da lebt noch einer. Okay, alles klar. Mir nach Befehle halten. Mission beendet. Und Fowly lebt auch noch. Finde ich sehr sozial und sehr gut. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns verabschieden, Bruder. Ich nehme den ersten Flug zurück nach Miami. Wenn du denkst, dass es schon vorbei ist, bist du noch blöder als ich dachte. Ramirez tritt nicht einfach ab. Du stehst erst mal. Du stinkt hier. Wendet. Wendet. Alles klar ist. Ah. Da man dann automatisch Schohlflinte drunter. Meine Herren, General Ramirez hat als Reaktion auf die Sicherstellung der Atomwaffen gedroht, die Ölreserven seines Landes zu vernichten. Die Raffinerie in Petro Naviera wurde als wahrscheinlichstes Ziel identifiziert. Ramirez Truppen haben die Raffinerie besetzt und bereiten die Zerstörung der Pipeline vor. Das können wir nicht zulassen. Ja, ja, die Ami ist immer auf Öl aus. Aber die Emission fangen wir erst in der nächsten Folge an und bis dahin. Auf Wiedersehen.